ich lese von der stiftung waren test medikamente im testbluthochdruck auf der rückseite heißt es wirksame medikamente sind erschlüssel für eine erfolgreiche therapie für die blutdruckbehandlung sind hunderte von medikamenten zugelassen in diesem buch sind alle wichtigen arzneimittel bewertet welche helfen wirklich wie es mit nebenwirkungen umzugehen dazu gibt es in einem ausführlichen ratgeber teil viele tipps zum leben mit bluthochdruck und wie sich die erkrankung auch ohne medikamente therapieren lässt testtabellen mit wertung von geeignet bis wenig geeignet hinweise für die einnahme und tipps für kinder schwangere und ältere ratgeber teil mit antworten auf alle wichtigen fragen zur krankheit und behandlung tipps zu sport gesunde ernährung und rauchverzicht das buch hat eins zwei drei vier fünf kapitel es geht los mit was sie was wollen sie wissen dann geht es weiter mit medikamente ja oder nein dann das richtige medikament finden medikamente richtig einnehmen und therapie kontrollieren und dann gibt es doch noch mehr kapitel nämlich medikamente bewertet und hilfe so ich fange mal an auf seite 6 was wollen sie wissen vielleicht sind sie entsetzt verwundert verwirrt ich soll medikamente gegen bluthochdruck einnehmen will ich das muss ich das vorbehalte und zweifel sind berechtigt und nicht alle fragen können mit der ärztin oder dem arzt geklärt werden brauche ich wirklich medikamente das hängt nicht allein von ihrem blutdruck werden ab denn es sollen nicht nur die messwerte gesenkt werden sondern vor allem ihr risiko eine herz kreislauf erkrankung zu erleiden und dieses risiko setzt sich aus vielen putzel steinen zusammen ob sie männlich oder weiblich und wie alt sie sind ob sie rauchen oder übergewicht haben ob neben dem blutdruck auch ihre blutfettwerte erhöht sind oder ob sie etwas an diabetes leiden einige dieser risikofaktoren sind beeinflussbar daraus ergibt sich die zweite säule der therapie eine veränderung des lebens spiels hat fast den gleichen stellenwert wie medikamente ob sie medikamente brauchen kann also davon abhängen wie motiviert sie sind etwas in ihrem leben zu verändern mehr dazu im ersten kapitel aber die mittel haben doch nebenwirkungen stimmt zumindest theoretisch schließlich gibt es keine wirkung ohne nebenwirkungen manche kommen häufiger vor andere seltener oder fast nie es kann sein dass sie persönlich gar keine probleme mit einem medikament haben oder im gegenteil dass sie mit einem mittel einfach nicht zurecht kommen möglicherweise ist dann die dosis zu hoch oder das präparat ist nicht das richtige für sie doch zu beginn einer behandlung mit medikamenten müssen sie möglicherweise etwas geduld aufbringen der organismus muss sich auf einen niedrigen blutdruck erst einmal einstellen treffen sie die entscheidung für oder gegen ein medikament zusammen mit ihrer ärztin oder ihrem arzt über den umgang mit nebenwirkungen finden sie mehr im zweiten kapitel und im dritten wird die kommunikation mit dem arzt zum thema welches medikament ist das beste für mich die auswahl ist groß neue wirkstoff gruppen über 50 wirkstoffe hunderte von präparaten für kaum eine erkrankung gibt es so viele und zumeist gut untersuchte medikamente wie gegen bluthochdruck sie setzen an unterschiedlichen stellen im körper an die den blutdruck regulieren zum beispiel am kreislaufzentrum im gehirn an den nieren am herzen oder den blutgefäßen alle substanzen haben ihre vor- und nachteile selbst reservemittel sind in bestimmten fällen unverzichtbar etwa das mittel mit in der schwangerschaft bei dieser auswahl lässt sich das für sie individuell richtige mittel oder die passende kombination finden lesen sie dazu mehr in den kapitel 2 und 5 mein arzt hat mir zwei oder mehr medikamente verordnet warum viele patienten brauchen mehr als ein medikament um den blutdruck ausreichend zu senken ein mittel reicht oft nicht weil der körper versucht den blutdruck auf der alten höhe zu halten wenn verschiedene wirkstoffe gleichzeitig an unterschiedlichen punkten ansetzen wird das für den organismus immer schwerer eine solche kombinationstherapie da wird auf die seite 61 verwiesen hat den vorteil dass die dosierung der einzelnen mittel relativ niedrig gehalten werden kann dies ist einer der gründe dafür warum eine kombination oft verträglicher ist als eine therapie mit nur einem wirkstoff monotherapie ist es absehbar dass der grenzwert für blutdruck weiter sinkt es wird schon seit einigen jahren in der fachwelt diskutiert den bisherigen grenzwert von 140 zu 9 strichstich 90 milligramm quecksilber millimeter quecksilber säule siehe seite 16 zu senken denn das risiko für herz kreislauf erkrankung steigt kontinuierlich schon abwerten von 115 zu 75 milligramm quecksilber säule an dieser tatsache trägt auch die bisherige einteilung des blutdrucks rechnung bei der nur werte bis 120 zu 80 millimeter quecksilber säule noch als optimal gelten die kardiologische fachgesellschaft in den us haben ende 2017 den schritt getan und den offiziellen grenzwert in den leitlinen auf 130 zu 80 milligramm quecksilber säule herabgesetzt siehe seit siehe seiten 13 bis 15 wo genau die grenze zum bluthochdruck liegt es also auch eine ermessensfrage die diskussion kann in jedem fall dafür sensibilisieren schon nicht mehr ganz optimale blutdruck werte ernst zu leben und schon früher zu versuchen veränderungen im lebensstil vorzunehmen siehe seite 26 übrigens fragt doch mal einen der schokolade verkauft ob du schokolade essen muss muss ich die arzneimittel lebenslang einnehmen lassen sie nicht lassen sie sich nicht täuschen wenn ihr blutdruck nach einiger zeit mit dem neuen medikament singt heißt das nicht dass sie vom hochdruck geheilt sind sondern dass das mittel wirkt viele menschen begehen den fehler dass sie die medikamente absetzen oder nur noch unregelmäßig einnehmen um die risiken von folgen eines hohen blutdrucks zum beispiel schlaganfall oder herzinfarkt zu verringern meist müssen die tabletten tatsächlich lebenslang eingenommen werden aber nicht immer vielleicht hat aber nicht immer vielleicht hat sich ihr blutdruck erhöht weil sie stark an gewicht zugenommen haben oder psychisch unter druck standen dann stehen die chancen gut dass sich der blutdruck wieder normalisiert wenn sie ihr gewicht wenn sich ihr gewicht normalisiert oder auch ihre lebenssituation beruhigt hat was ein medikament überflüssig machen kann erfahren sie abseite 26 lohnt es sich wirklich dass ich dauerhaft medikamente einnehmen bluthochdruck spürt man meistens nicht seine späteren folgen schon eine hypertonie greift hirn herz nieren und überhaupt alle gefäße im körper an langsam aber sicher deshalb wird er auch der stille killer genannt mit den jahren steigt unbehandelt gefahren einem herzinfarkt oder schlaganfall zu sterben ich möchte an dieser stelle sagen ich möchte den gesunden herztod sterben dabei geben herzinfarkt und schlaganfall nur einen ausschnitt aller möglichen folgeerkrankungen wieder viele gute studien an vielen tausend patienten haben bewiesen dass medikamente vor den bösen folgen des hochdrucks schützen können das bedeutet eine längeres leben und mehr lebensqualität zum langzeit nutzen der medikamente steht mir ab seite 42 so das war's schon mit dem ersten kapitel nämlich was wollen sie wissen geht das weiter mit medikamente ja oder nein das geht von seite 11 bis seite 37 so das gibt aber eine neue folge tschüss 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 tschüss